Hi Athleten! Wir haben immer noch Ostern, deswegen sind heute im Video Osterhasen, um gleich eure Fragen zu beantworten. Ja, das sind die gleichen, die die Ostereier bringen. Nein, deswegen werden die nicht gegessen. Ich bin auch in Ostereierfarben gekleidet. Wir machen heute ein lockeres Balkon-Workout. Ihr habt letzten Tage wahrscheinlich viel gegessen, deswegen fällt das Bewegen zunehmend schwer. Wir machen heute was, wo ihr euch nicht so viel bewegen müsst. Und zwar eine kleine Planke-Challenge. Planke kennt ihr. Ihr geht hier in den Unterarmstütz, macht euch richtig fest wie ein Brett. Hintern nicht zu weit oben, Hintern nicht zu weit unten. In etwa so. Ihr startet mit 10 Sekunden Planke ganz locker, setzt ab. Es folgen 10 Sekunden Pause. Danach macht ihr 20 Sekunden Planke, 20 Sekunden Pause. 30 Sekunden Planke, 30 Sekunden Pause. Ihr habt das Konzept verstanden. Das macht ihr so lange, dass ihr die Planke nicht mehr für die vorgegebene Zeit halten könnt. Und dann seid ihr durch. Und für die Pros unter euch. Die machen dann wieder rückwärts. Quasi Pyramidenprinzip. Halten die Planke also wieder kürzer, bis sie wieder bei 10 Sekunden angekommen sind. Ich wünsche euch viel Spaß am letzten Osterfeiertag. Bis bald.